Eine Solo-Runde nach den Teamspielen. Und ich würde ganz gerne eigentlich den Lone-Droid üben, aber wie ich eben schon erwähnt habe, im Stream müsste ich da zuerst ein bisschen üben oder erstmal auch ein bisschen zuschauen bei einem guten Lone-Droid-Spielen. Der Lone-Droid ist auch gerade schon weg. Und das steht irgendwie auf meiner To-Do-Liste eigentlich. Ich drücke mich mal ein bisschen davor, aber das sollte ich wirklich mal machen. Ja, ich mag es ja gar nicht. Na, na, na. Slug, Lone-Droid-Lina. Ein bisschen was an Burst-Damage, ein bisschen Lockdown. Bin da nicht ganz sicher, was ich hier spielen möchte. Spiele ich nochmal ein Abed-In-Off-Lane? Das wäre jetzt irgendwie so ein bisschen Fun-Spielen, nicht wirklich was, was ich jetzt, wo ich was üben kann. Ein Earth-Spirit wäre an der Stelle... Na, Earth-Spirit sage ich schon. Phoenix. Lina kann einiges an der Tag-Speed haben. Flark auch. Puh. Tide, Mittel, Slarder. Witch-Doktor. Wir haben ein bisschen Control. Wir haben den Team-Kampf. Boah, ich weiß gar nicht. Ich bin gerade echt ein bisschen ratlos. Clockwork ist auch nicht so geil dagegen. Einigermaßen okay. Aber gegen Slug auch nicht so gut. Gegen Witch-Doktor Mittel. Gegen Lina auch okay. Timber, Bristle. Bristle bietet halt nicht so viel. Phoenix kommt ganz gut aus dem... Warum tue ich mir denn gerade so schwer? Ich finde mich echt gerade schwer zu überlegen, was ich spielen möchte. Ein Amber auch noch. Nooks Assassin könnte in dem Spiel gar nicht schlecht sein. Ich will noch ein bisschen Control. Ja, ich finde nix nicht schlecht in dem Spiel. Bei mir bin ich nicht so richtig glücklich. Bin aber eh nicht so richtig glücklich heute. Wovon ich schon gemerkt habe, ich spiele heute wirklich nicht gut. Vielleicht kann ich mich jetzt ein bisschen zusammenreißen mal. Kommt, was ich noch hole. In der Urns hat ich immer schon recht praktisch. Ich würde mir noch ein bisschen Stats geben, zu überleben in der Lane. Okay, das wird super awesome. Jemand so viel Bohr hat geschaut. 30 Sekunden bis zum DIGITAL SPORTS. Es ist in der BAAAGA. So, wir haben eine Rune bekommen. Okay, kein Sentry. Kein Sentry. Go, go. Lift, lift. Oh, no lift. So, die zwei mal vorlassen. Die wird lieber nur einen vorgelassen. Lift is best skill in game. You really need it at level one. Das ist mal ganz nett am Anfang. Wenn ihr zu viel spammt, muss man ihn doch irgendwann rausnehmen. Der Ruitstock versucht mich jetzt zu zonen hier. Wenn sie jetzt hier ein bisschen die Agro ziehen, ist das ganz gut. Das haben wir zwei Ranged, die die Wave pushen. Das ist natürlich ziemlich gut für mich. Aber nicht zu viel riskieren. Wenn ich einen Pounce abbekomme, kann das ziemlich ärgerlich sein. Ich habe mich ausgewichen. Das war ziemlich wichtig. Das kann uns echt wehtun. Nice. Ah. Knapp. Ah, nice. Den Nassel hat er auch nicht bekommen. Okay. Der Anfang ist jetzt ganz gut. Ich kriege ordentlich XP jetzt hier. Ey. Nicht auf mich. Nice. Das war eine schöne Runde gerade. Nice. Die Nassel hat sich immer gut. Ihn leider auch. Bisschen Glück verpasst er oben den Last Hit. Ich will da jetzt nächstes Mal Boots holen. Ist ja gepult und auch dewarded. Tipee mal auch noch. Wenn der Kask draußen ist, kann ich damit immerhin noch wegtipien einfach. So. Mal nicht zu viel Meledic Damage. Kassieren. Genau das. Mal aufpassen mit dem Pounce. Das habe ich ganz gut überstanden. Da muss er seine beiden Potions einschmeißen. Und jetzt kommt ordentlich XP erstmal hier hoch. Ein Level in Carapace noch. So, kommt dann mit nach vorne hier. Ich bin der Nassel fähig. Sauber. Ich bin der Nassel fähig, sauber. Vielleicht kill Lina, 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 Lina. Wir kommen von Spectress, aber er kann nicht zu viel tun. Er kann zu viel tun. Vielleicht einen Dagger und wir können ihn killen. Dagger und killen. Dagger und killen. Dagger und killen. Warum schiehe ich noch so weit oben? Jetzt schießt der Tower. Ah, schieß doch nicht da drauf. Glück ab. Ich bin der Nassel fähig, ich bin der Nassel fähig, ich bin der Nassel fähig. Na, der Karsk noch einmal zu mir gesprungen. Die Sau. Der Arsch Karsk, wie ich ihn nenne. Schade. Nur noch Level 5. Ziemlich low, das war knapp. Schade, dass der Karsk noch einmal runtergesprungen ist. Dann nach der Wave Level 6. Okay, Rewake my friend, we need you. Bye. Nein. Das war schieb ich eigentlich ganz gut. Der Wutstock noch ein bisschen was ab. Das ist eigentlich genug. Und der Slug. Ich weiß nicht, welches Level der hat. So, Byte Level 6. Nein, nein, nein. Nach der Wave. Das sieht ganz gut aus. Dann kann ich mal ganken gehen. Natürlich die Stärke vom Nix ist. Sehr schön. So, jetzt werden sie wieder pullen, wie ich es die letzte Mal gemacht habe. Und dann möchte ich mal nach unten kommen. Schneller, schneller, schneller. Ich könnte mir jetzt die Urne schon holen, aber ich brauche das TP. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Jetzt werden sie, glaube ich, eher wie es aussieht. Einfach zurückgehen. Komm her. So, das ist fertig, das ist fertig. Jetzt bring ich mir auch mal. Okay, jetzt habe ich meine Urne. Wenn er zum Nahe kommt, kann ich den Urne noch. Ja, komm. Nicht ganz, der Patsch geht nach oben. So viel Schaden macht er ja noch nicht. Naja, genau das meinte ich. Und nun die beiden am Start. Ich werde gleich mal wieder ganken gehen nach der Wave. So, ich werde gleich mal auf dem Weg nach unten. Nix, 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 nix. Okay, let's go. Okay, let's go. Just ulti hierhin. Good job. You sound so German, my friend. Are you from Germany? Yes. Sehr gut, my friend. Auf Wiedersehen. Tschüss. So. Ich bin ja von Deutschland. Ich muss den Leuten ja auch mal klar machen. So. Ich komme nach unten, wenn meine Ulti wieder bereit ist. So. Bisschen XP und Farmer hier oben. Wollen wir nicht schlecht werden lassen. Das ist böse Trevor. Pusche die nächste Wave noch raus. Ich glaube schon. So. So, 160 kostet das. Vielleicht sollte ich doch erst... Ich hole mir erst mal die Boots. Die Arcane Boots. Und hier. Und hier. We're struck. Indegration. Okay. Okay. Nicht ganz. We need help. We need help. We need nix. We need nix. We need nix. Komm mit deinem Luger, mein Freund. Korpach, bist du Farming? Was hast du erwartet? Von dem Spiel? Bist du mich? Ah, ja, Farming. Du wirst nicht mit Farming gewinnen. Okay, Ultimate, we can kill. Now we are fucking five bottom. Go, 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 go. Ember coming, Ember coming, safe fight. Get the bear, get the bear. I got it. Oh, oh. Oh, oh. Ja, Quatsch. Ja, der Kask hit das badly. Äh, schade. Da habe ich versucht rauszulaufen aus dem Kask. Nicht ganz gut geklappt. Die hat sich auch ganz gut versteckt an der Stelle. Ich hole mir mal ein zweites Townportel, gehe mal gleich wieder ganken. Der Patsch. Ja, man kann schon ein bisschen Core-Patch spielen. Das geht schon. Ist nicht ganz einfach. Muss auch die richtigen Sachen bauen. Mal wieder ganken. I'm on my way bottom, don't scare. I can roll to my next. Just wait. Let's go for Lina. Just wait. Wait. Let's go. Let's go. Let's go. If you leave town I will not move. Schade, den Loan-Drewd haben wir bekommen. Wir haben TP. Wir brauchen TP. Wir haben TP. Wir haben nicht mehr ganz bekommen, hat sich mit ihrem Stick noch gerettet. Mein Stun ging auch daneben, das war an der Stelle nicht gut. Wir sind in die Creepwave reingelaufen, hat es gut geklappt. Wir sind zurück in die Base, heilen mich. Schade. Ich werde sterben. Ich werde nicht sterben. Nein, ich werde nicht. Okay, ich habe den Ultimate wieder, Leute. Ich werde sterben. Was ist das hier? Ja, da. Be ready to TP, wenn Spectre needs Harp was. Just be ready, das ist genug. Pressure mid, so somebody comes to defend, maybe? Yep. Okay, here he comes, I can ultimate. Meine Stunts, da hab ich ihn schon wieder verkackt. Okay, I don't do it, it's ziemlich low. So bad. Okay, that was fucking horrible. Oops, okay, da haben sie Sentries. Da kam dann die Dina rechtzeitig, schade. Okay, zweimal hintereinander den Stunt verpasst. Ah, da muss ich ein bisschen besser üben. Das, äh, da erwischen sie. Zweimal den Stunt verpasst, da muss ich einfach ein bisschen mehr Zeit geben. Willst du das machen oder? Ja. Ja. Power the night. Get back. Das hat wir. Don't, don't, Rubeck, don't kick out. Das hat wir. Don't, don't, Rubeck, don't kick out. So unten ist der Stunt 3. So unten ist der Stunt 3. So unten ist der Stunt 3. So unten ist der Stunt 4. Oh, da ist der Stunt 4. Und dann kommt der Stunt. Tja, da tat es natürlich ziemlich weh mit seinem Savage Roar, der neue Skill beim Lone Do It. Der Schabe, es fing ganz gut an, es ist inzwischen ein bisschen zurückgefahren, zumindest für mich ging es gut an, unser Team lief es die ganze Zeit nicht so gut. Witch Doctor ist hier? Ja. 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 Okay. Autsch. Autsch. Jetzt habe ich mal eine Stunts getroffen. Auf dem Witch Doctor, auf dem Ember. Das hat diesmal ganz gut geklappt. Das andere hat leider nicht so gut geklappt. Was hat er inzwischen? Tausendabwegs nicht so viel. Das war auch extrem knapp der Ulti vom Patch an dieser Stelle. Ich habe nochmal einen Spy Carapace angemacht. Das hat leider nicht ganz gereicht. Ich glaube, ich level das erstmal jetzt hoch. Doch für den längeren Stun. Oh, jetzt ist Battle Fuel fertig. Das ist natürlich bitter. Witch Doctor ist hier. Warding. Ich habe noch etwas zu verabschieden. Ich habe noch einen, der Spack hat jetzt erwischt. Ich habe noch einen, der Spack hat ihn gewonnen. Ich habe noch einen, der Spack hat ihn gewonnen. Ja. Ich habe noch einen. gewischt Keep running, Bane, keep running Oh, schöner Hook Wir kriegen leider einfach keine Kills mehr hin Komm Oh, wenigstens das Wir brauchen ein bisschen viel grad Ja, läuft nicht so gut So, wie läuft es für unsere Spectre? Okay, fuck Ich hoffe immer noch, dass wir irgendwann denken Irgendwann holen wir es vielleicht noch auf mit der Spectre Aber das sieht nicht so gut aus Wir könnten jetzt demnächst Roshan machen Park in der Mitte Diener vielleicht in unserem Jungle Sleep, sleep Now ulti Ulti him Man, das ist alles schon wieder so knapp Das war schon wieder so fucking close Mann, war das bitter jetzt Beides Mit den Sachen Den Ember fast erwischt Den Slark fast erwischt Beides ultra knapp Na gut, jetzt liegen wir auch so weit hinten Schaffen wir es halt nicht mehr Your middle tower Your middle tower is under attack Midtower taking damage Radiant structures are fortified Uh oh, help me, help me, help me I'll check here I'll check here Spectre, your aim Mana burn Cash pause, what the fuck is going on Pause Ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich Ich finde, einer überhaupt nicht mehr mit spielt Einfach Guys, will you pause if I disconnect? Guys No, it's no point man He's intentionally afk Why are you afk'ing? Holy shit It's bad players They don't want to improve or get any better As soon as they face any difficulties They just They just Stop playing Okay, here's no centric Schon mal gut zu wissen Hey Svenska Play Oben ist die Lina Ach, krieg ich ihn mit Get the fucking blade mail in Maybe you get some feed Good job No respect, respect We can win this Believe boys, believe Now Lina coming He's not Swedish, man That voice cannot be Swedish Can you hold a chef then, Ellen? There is no way he's like No chef To me sind sie witzig Na mit dem komischen Move und Respekt Da hat sie wahrscheinlich ein bisschen Defend bottom We can still defend it Nice There we go I'm on my way Lina is dead She's not here Slark will kill you Tip Tip here Spectre, come home Sorry, I don't back off Slark is mid I do not back off Laundryd is top I'll scout bottom So you farm our jungle Amber is top as well Fuck man, I love your accent It's beautiful, man Good stuff, there's solo here Shadowblade, Slark Come Your middle tower is under attack Run, run, run Good job, nice See, now we win the game Good job Spectre got radiance Okay, let's go Okay, let's go Get drum plus blade male Get drum plus blade male He will not get radiance Pressel upon it Okay, that's sentry here Or do, let's Slark have a gem Dinner Now we kill him Alright Oh, here are Our home 놓, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Our damage Fehlt leider immer noch Okay, 4400 Gold Unten versuchen sie die nächste Attacke. Warte, dodge! Oh. Ahahaha! Oh yeah! We still didn't lose any Rags, guys. We are winning this game. We are winning this game. Go get him! So, Blinkdecker is the next one. Ahahaha! Ahahaha! And that's halt ärgerlich. Slark is coming bottom. We got Radiance, boys. 30 minute Radiance, it's happening, boys. They will go for the push again. Like, I'm sure. The gem? I think... Slark has a gem. We are going to shoot anyone over the top of. We will get rid of any of those enemies. We will see if anyone over the top of the top of the deck Terrells is to defend themselves with their own perspective. Y'know if there is no Slark up to attack you. Why not even a slark. Time to kill you. Is that too. Ich habe nicht versucht, es geht nicht. Ich habe nicht versucht, es geht nicht. Nix, wir können nicht mehr aufhören. Wir müssen sie nicht mehr aufhören. Wir müssen sie nicht mehr aufhören. Okay. Und dann sind ich jetzt mehr schüler Gebrauch. Oh, bisschen zu langsam, schade. Okay, den Kill. Sehr schön. Ja, wir liegen wirklich weit hinten. Wenn wir die Zeit nutzen können, während ich mit Spike Califas die gestunt habe, sind wir in 2,4 Sekunden, das haben wir nicht ganz geschafft, leider. Und noch nicht Level 16. Unten der Witch Doctor, solange der Slug in der Nähe ist. Das ist so bitter, Dark Pack, die halt auch einfach meinen Spike Carapace abschüttelt. Naja, jetzt sterbe ich inzwischen nur noch, schade. Der Anfang war echt alles okay, mit 4,2. Später haben wir das bisschen ausrichten, lange haben wir mich ausrichten gehalten auch. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Pass mal Drill. Ja, dann geht der Bett, weil ich nicht zurgü 0'm ist. Und dann geht's. Und dann geht's der Stand. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Wir waren bei uns zusammen, Bane und Spectre. Ja, der Anfang lief eigentlich ganz okay, lief sogar ein paar gute Rotations. Ich habe dann zwei miteinander meinen Stun verkackt, was ein bisschen ärgerlich war. Danach ließ es ein paar Mal richtig gut mit dem Stun, aber wir waren einfach ganz auch gesehen in den Teamkämpfen. Wir waren mehrmals bei Initiation echt gut dabei und hatten dann immer so direkt zum Start manchmal den Slark und den Emberlow oder den Slark und den Witch Doctor. Da fehlte einfach ein bisschen der Schaden noch, um dann wirklich das zu beenden. Jetzt haben sie an der Stelle einfach noch gefehlt. Und da hat man einfach gesehen, sie haben auch diesen kleinen Farm-Vorsprung. So klein war er ja nicht. Und deswegen dann doch noch mal so knapp überlebt und dann den Teamkampf noch drehen können. Und das hat uns oft wehgetan, leider. Na ja, Schadrom ist auch trotzdem ein ganz okayes Spiel. Mit Nix wäre ich langsam besser, verkack ab und zu noch ein paar Stunts, aber insgesamt was. Jetzt nicht so schlecht, kann ich schon mit leben. Und dann auch noch ein bisschen.